Der Bundesberger Geflügelschlachtbetrieb nördlich unserer Autopahn, der soll modernisiert werden. Sie haben es gelesen und erwartungsgemäß stößt natürlich dieses Vorhaben auch auf Interesse. Einerseits geht es dabei um ein neues Verfahren zur Abluftbehandlung, andererseits plant Bluecon die Schlachtkapazität von bisher 127,5 Tonnen auf zukünftig 250 Tonnen am Tag zu erhöhen. Kurz würde ich gerne eingehen auf die aktuelle Diskussion um Maststelle. Auch in Gunsberg sind in den letzten Jahren mehrere neue Maststelle im Außenbereich der Stadt gebaut worden. Das ist ja auch logisch, denn irgendwo müssen die ja hin. Wenn wir auf den Stand kommen möchten, in Gunsberg, so wie es geht, in dem Pfad und locker, dann müssen wir noch was tun. Wir brauchen eine neue Schlachtanlage, eine neue Fertiganlage und diese Berufsgeschichte ist alles zu klären, aber dafür brauchen wir natürlich die Genehmigung und dann können wir damit auch sofort loslegen. Das sind die Schritte, die wir vorhaben. Die Angst war Mengen mehr, doppelte Mengen, habe ich schon gehört. Im Moment schlachten wir, ist bekannt, 70.000, 80.000 Tiere. Die sind alle ziemlich leicht. Was wir gerne wollen, ist Richtung 100.000 Tiere, die schwerer sind. Und da kommt die Gewichtsmengehendung her. Also ist keine doppelte Menge, es bleibt auch eine Schicht. Geht nicht nach zwei Schichten. Und ich hoffe, dass damit dann das Thema auch ein bisschen deutlicher ist. Was hier in Gunsberg geschlachtet wird, kommt für 100% aus der Massen-Tierhautung. Das muss man ganz deutlich sagen. Also keine Bio-Hühner. Das haben wir heute an. Hier wird kein Bio-Hühner geschlachtet hier in Gunsberg. Das habe ich gesagt und das möchte ich auch gerne hier erklären. 100% kommt hier aus Gunsberg, das hier geschlachtet wird, kommt auf die Massen-Tierhautung. So genannt, wie Sie sagen, ein Stau mit 40.000 Tieren. Und eine Nachfrage von meiner Seite, unter welchen Voraussetzungen würden Sie auch andere Tiere hier schlachten? Also Bio-Hühner, sage ich mal, das müsste gegeben sein. Oder was ist das Problem? Die Bio-Hühner, das ist ja fast ein Prozent. Dann redet man über, wie ist das, 800 Tiere, glaube ich. Das hat nichts zu tun mit. Die Bio-Hühner sind viel zu teuer, für die normale Menschen hier in Deutschland oder in Europa. Dann sehen wir die sehr reichen Leute, Passen, Lothar, die zusammen können, oder wenn man muss wenige Fleisch essen. Das ist die, was man selber machen muss. Wir wollen keine Tierfabriken, weil wir in die Zukunft kommen. Dirkusbrinken!